Jo Leute, frohe Weihnachten an euch allen. Als Special für heute gibt es mal eine richtig große Böller-Tour und was alles darin enthalten ist, das seht ihr jetzt. Ja, ist auf jeden Fall einiges. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der Zündung. Wir sind jetzt in unserer schönen Zündel-Location angekommen und jetzt starten wir erstmal mit einem VEGO-Flashbank. Richtig geiler Sound hier. So, weiter geht's mit den Knallern. Wir haben hier Schienaböller A von VEGO. Weiter geht's mit einem Komet. Schienaböller A. Noch grün-weiß. Noch mal Nico. Noch mal Nico. Was haben wir hier auch? Wir wollen gleich auf den Komet. Zwischen, klar. So, jetzt geht's weiter mit der Nico Packetweckermatte. Gezündet vom Pyrobox. Hi. So, dann geht's weiter. Wir haben hier von VEGO mit dem alten VEGO-Logo auch wieder Lady Cracker 200er. So, dann geht's weiter. Wir haben hier von VEGO mit dem alten VEGO-Logo auch wieder und dann geht's weiter mit dem alten VEGO-Logo auch wieder mit dem alten VEGO-Logo auch wieder mit dem alten VEGO-Logo. Wir werden das mal vorzünden. Ich habe hier schon mal vorzünden. Ich habe hier schon mal vorzünden. Ich habe hier schon mal vorzünden. Unser Schlauze. Dann geht's weiter mit den aktuellen VEGO-Lady Crackern. Wir machen hier noch richtig Spaß, die Dinger. So, dann geht's weiter mit den Lady Crackern. von Nico. Auch noch etwas älter. Wie viel möchten Sie davon gezündet haben? Ja, macht das reichstück. Reichstück. Dann schlägt die auch in der Reihe. Ja. Für ein Fuchs, ne? Lebt ja gut. Lebt ja gut. Lebt ja gut. Danke. Robi hier. Ja, schön. So, dann haben wir hier wieder Schienaböller D. Von Keller. Zeig mal die Verarbeitung. Achso. Ja, noch mit rotem Papier. Vorne zugestopft. Soll ich hinstellen? Nein. Wart nicht. Uuuuh. Frisch. Schlaute Teile. Ja, ja. Dann machen wir eine Schienaböller D. Von Keller. Hättchen zugestopft. Oben auch. Ja, das war richtig geil. Boah ey. Dann haben wir hier mal einen Pyromax. Dann haben wir hier mal einen Pyromax. Schienaböller D. Auch noch relativ gut verarbeitet. Geile Wandung noch. Schlaute Schnipsel. Ja. So, jetzt machen wir mal ein paar Knallfresche von Keller. Die sind ja hier aus den 50er Packungen. Kannst du gleich schauen. Alle werfen. Alle. Kannst du auch mitwerfen. Der Rush Action. Los geht's. Geile. Jetzt haben wir einen kugelischen Handlonschlag von Fox. Zum Beispiel Bücherort. Kann ich? Kannst. Ja. Ja. Ich bin vor Ort. Kannst halt. So und jetzt als letztes. Den King von Fire Event. Da lautet es doch besser. Deutschlands. Kann ich? Ja. Kann ich? Ja. Einfach nur krass die Teile. So jetzt kommen 3 Mark Creepers. Können Bessie. Ja. Ja. Mega geil. Ja. 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 So jetzt ein Schloss Einterdekel. Den Tulite Seike. Ja. 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 Ich hoffe du wirst noch ein paar davon. Auf jeden Fall. Machen wir gleich weiter mit dem Nico Vesuv. Ja. Da kommen wir hin. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Also für die Größe immer wieder geil, ne? Darf ich meinen Favorit zünden? Jawohl. Zauberbox mit Keller. Ein schönes altes Teil. Die werde ich jetzt für den Förex Doom HD zünden. So. 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 Sehr geil, ne? Das finde ich übelst geil. So, zur Abwechslung gibt es jetzt mal ein paar Bombenrohre, die Defender von Panda. Eins bis drei. Genau. So, jetzt kommt der Spacelister von Keller. Soll noch nicht solliger sein. Ne? Ich bin wieder Durstzehnter. So, jetzt machen wir mal ein 5 Schuss 5 Schuss Licht von WECO. So, jetzt haben wir hier alle Farben von dem Big Flash & Thunder 2 von WECO. So, mit Blau geht's los. Schönes Teil. Jetzt den roten. Auch richtig geil. Weiter geht's mit Grün. Also mein Ohr fiebt. Weiter geht's mit Yellow in der Eck. Alter, sind das geile Viecher. Jetzt der letzte und zwar der Lilane. Wirklich richtig super Teile. Kann ich nur weiterempfehlen. Und der Pyrex Team-Mage, die empfiehlt ihr auch weiter, oder? Auf jeden Fall. Sehr geil, jetzt weiter. So, jetzt haben wir hier Sanderkong Wiesling und Sanderkong Max. Beide zusammengeschossen. Was war denn mit dem Sanderkong? Der war nicht so besonders. Ne. So, jetzt vergleichen wir mal die zwei Junior-Chicos. Einmal die neuere Version von WECO und hier die ältere mit dem alten WECO-Jogo. Zuerst die neuere. Zündung. So, jetzt zuerst den aktuellen Junior-Chicos. Schonmal gut vorgelegt. Und der Pyrex Team-HD zündet jetzt noch die ältere Junior-Chicos. Und der Pyrex Team-HD zündet jetzt noch die ältere Junior-Chicos. Also, ich fand ja die ältere deutlich besser. Die ältere deutlich besser. Geile Pfeifer und geileres Cracking. Und viel intensiver. Genau. So, jetzt hier die Galaxy-Copters von NIGO. Packen wir aus. Achso. Mal zeigen. Kleiner Aufstiegs-Effektor. In drei verschiedenen Farben. So, jetzt als erstes der rote. Vorrekord. Ja. Boah. Hier. So weiter geht's mit dem Grün. Nee, Gelb. Gelb, ja. Und all das ist der Grüne. Ja, nicht schlecht die Teile. So, jetzt kommt es hier aus Silberholtet, die Vulkanfontäne, noch ein schönes altes Teil. Mit 3 Schuss. Soll das haben. Ja, ein richtig schöner Artikel. Schade, dass hier was nicht mehr hergestellt wird. So, jetzt hier ein schönes großes Bombenrohr, das Leslie Up & Go aus der Royal Class. Defektfeuerwerk, was sagst du? Finde ich geil. Ja, schon ein schönes Bombenrohr. So viel groß. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Jetzt kommen mal die schönen, tollen Müller zum Einsatz. Als erstes sind wir die neue Version und dann zum Schluss die alte. Zuführung und als Vergleich kommt jetzt die ältere Version der Ton-Lola mit dem alten Lego-Warnzeichen aus den 90er Jahren. Wir sind gespannt, ob diese die neuere Version noch topen kann. Richtig geiler Goldregen, der bis zum Boden gefallen ist. Aber die ältere Version wird deutlich besser. So weiter geht jetzt mit der aktuellen Super-Salut-Rakete von Lego, die leider sehr oft verpufft mittlerweile. Wir werden sehen. Und diese ist leider verpufft. Sehr schade. So, dann als letztes jetzt von den Raketen und als vorletzten Artikel für heute gibt es jetzt die ältere Version der Turbo-Salut-Rakete mit dem alten Lego-Warnzeichen aus den 90er Jahren. Wir sind gespannt. Also der Knall war auf jeden Fall bei dieser älteren Version deutlich besser als bei der heutigen. So Pyros, jetzt als letzten Artikel für dieses Special gibt es jetzt den Lego Flashbang. Ich hoffe euch hat dieses Special gefallen. Lasst mir gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein! Ciao! 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 Vielen Dank.